Wir spielen heute zum ersten Mal Brawl Stars mit Fion Time und werden heute versuchen, seinen allerersten Brawler auf Rang 25 zu pushen. Und was dann alles passiert ist und wie viel Lack ich hatte, habe ich so noch nie erlebt. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas. Okay, ich sag erstmal dein Profil, oder? Ähm, ja, kannst du, da ist nicht viel, aber kannst du gerne machen. Was sagst du so, gerade aus dem Trophäen, ist gut? Ja, und das Traurige ist, die meisten habe ich, glaube ich, noch vor fünf Jahren geholt. Also ich habe vor fünf Jahren in der Schule, letzte Reihe, Abiturjahrgang, da habe ich am meisten gespielt. Okay, schauen wir mal rein. Okay, Ember, legendärer, noch auf 0, oha, okay. Sun, noch viel auf 0. Bei Ember, ich glaube, die habe ich gestern oder so gezogen. Ja, die habe ich gestern gezogen. Ja, der Klassiker, Edgar667, was sagst du so, das ist geil. Ja, der Chat hat mich hier immer beleidigt, dass ich den gespielt habe, weil er anscheinend nichts kann, aber der ist halt wirklich einfach zu spielen, ne? Ja, ja, ja. Also im Vergleich zu Piper oder sowas. Lass probieren, dein erster 25er könnten wir probieren, du bist ja auch 667. Link zu seinem YouTube-Kanal ist wie immer in der Beschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei und lasst auch gerne hier ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Browsers-Videos verpassen wollt. Vielen Dank. Ah, warte, kurzer Real Talk. Was ist mit dem Club, gibt es den nicht mehr? Genau, das wollte ich noch erzählen. Wir hatten ja einen sehr, sehr erfolgreichen Club. Ich glaube, der war, was hat, Top 20 hatten wir kurze Zeit? Ich weiß es gerade gar nicht mehr in Deutschland. Ich hab einfach Kit gezogen. Hä? Wie geil. Ja, ich hab einfach Legendären gezogen auf den zweiten Account gerade, keine Ahnung. War irgendwie so eine Belohnung einfach drin. Ja, das ist crazy. Am 20. April um 16 Uhr eröffne ich meinen neuen Nerd-Shop. In vielen neuen Produkten und neuen Designs könnt gerne vorbeischauen auf jojonos.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung. Okay, okay, okay. Ich versuche, die Hunde besser zu spielen auf jeden Fall. Okay, ich lasse die Kiste schon mal übrig. Hier, direkt in die Mitte. Ah, wir hatten vergessen, deine Gadgets uns so anzupassen. Das stimmt, das war ein bisschen lustig. Okay, also in Sichtbar, Edgar, weißt du eigentlich immer die Ulti aufladen und da musst du halt immer überlegen, auf wen du halt natürlich draufjumpst und auf wen natürlich nicht. Das ist immer so ein bisschen das Ding bei dem Brawler. Ich habe halt dieses Ulti-Aufladen. Das ist sehr gut. Nutzt es am besten immer direkt, wenn du die Ulti nicht hast. Und dann, auf den kommt es eigentlich sehr gut, aber da kriegt man nicht das Stun. Oh, sehr schön. Wow, was hat er denn da noch? Das sind deine, Mike, am besten. Oh, ich habe es dir zu helfen. Ah, jetzt kommt der Edgar. Ja, kriegst du ihn? Ja, der hat nicht. Nein, der hat nicht. Oh, oh, oh. Und das war los. Der hat den Halbwarten schon aktiviert. Der ist halt. Ah. Dass ich das technisch hinbekommen habe, ohne meinen Heiligen Justus anzurufen. Schön. Sehr gut. Ups. Okay, also am besten bleibst du so ein bisschen genau bei mir immer die Ulti aufladen. Ich versuche, dir so ein bisschen zu callen, auf wen du springen kannst und auf wen nicht. Ja, Edgar habe ich auch ein bisschen raus eigentlich. Da kannst du gut drauf eigentlich, auf die beiden. Vor allem auf deinen. Ah, jetzt sieht das noch anders aus. Das ist ja gar nicht mehr so weit. Oh, was ist das? Ah, tschüss. Jey, jey. Jesse kannst du sehr gut fokussen. Die Jesse da oben, wenn du da irgendwie hinkommst. Da oben links, ne? Die kriegst du easy, kann nicht abhauen. Ah, das ist zu weit. Oh, das war dumm. Das war dumm. Passiert, passiert, passiert. Jetzt noch ein bisschen näher rangemusst und dann wäre das zweit. Ja, ich war viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Die sind auch jetzt hier, die haben jetzt sechs Kubes direkt. Es wird nicht so eilig werden. Ach stimmt, man hat immer alle weg, wenn man stirbt, ne? Aber der eine hat noch. Ja, 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 genau. Das passt. Die sind Dynamite, finde ich eklig. Als Gegner. Ja, oh, der ist wirklich eklig. Aber eigentlich bist du kontert gegen ihn. Aber der was ist gut, natürlich. Ja, ja, ist mit Edgar geht's. Oh, wichtig, hä? Übel gut. Alter, zwei Leben. Sehr schön. Wo sind sie denn? Da oben. Oh, zehn. Aber der eine ist low, der eine hat nicht viel. Warte, ich kann jetzt die Hyper-Dings hier nehmen. Na und dann drauf, genau, genau. Und dann springen. Ja, ja, das ist sehr gut. Ja, oh, nein. Aber egal, der hat nicht viel, der hat nicht viel, der hat nicht viel. Ja, das war Anlag, ich meinte, keine Schlusshilfe. Egal, es war zwei. Es ist okay, jetzt bist du schon mal bei. Ah, den hätte ich holen müssen. Sechs hundert, zum Beispiel gegen noch ein Startup. Oh, ich auch. Sechs hat 74, ist solid. Oh, der Start ist sehr gut bei mir. Ist auch noch nicht... Ja, sehr, sehr gut, okay. Ja, ja. Am besten immer direkt Gadget, dass du immer die Ulti-Ding hast. Ja, ja, stimmt. Ich muss direkt aufladen. Jawoll, sehr schön, sehr schön, genau. Ah, was? Ja, ist okay, ist okay. Der hat auch ein bisschen Angst gehabt wegen mir. Warum ist er den abgerauen? Ah, der wusste, dass ich da bin. Ich hab's auch erst gemacht, auch immer. Ist der ein Nahkämpfler oder weit? Immer wenn der landet, macht er so 2500 Schaden, also ist Nahkampf eigentlich. Weil der kann halt so springen, ne? Oh, pass auf, das ist genau, der springt immer weg. Ah, okay, das macht der schlau. Ja, 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 deswegen. Das bringt ja nicht so viel, ich muss nachher weg. Surge ist ganz schlecht, also ganz schlecht für dich. Nita kannst du gut fokusten, Surge wegbleiben. Ja, den kriegst du eigentlich. Genau, perfekt, sehr gut. War nicht gut draufgesprungen, aber reicht. Boah, jetzt wird's halt schon schwierig, ne? Da oben wär ne B... Und jetzt 10. Das ist... Dann vielleicht lieber nicht auf die. Da müssen wir dann zusammen drauf, ne? Ah, jetzt kommt auch der andere. Sollen wir auf die hier unten? Ne, der wird jumpen. Oh, das war dumm. Das war dumm. Alles gut. Ja, und dann... Oh Gott. Ja, das ist halt schon ein bisschen schwierig. Dann setz ich auch noch die Liederne, den denkst du ja ein. Lad mal auf. Jetzt könnt' ich Supercharge machen und springen. Aber nicht auf den Surge wieder, dann bleibt er auch gleich. Vielleicht alles auf, alles auf, alles auf, bis auf den Surge. Wir warten. Ich glaub, wir lassen mal warten, ob die... Ja, ja, ja. Oh, ne, der Surge wird, glaub ich, jetzt auf mich gleich. Ey! Oder auf die oben drauf. Auf die oben drauf? Ja, geh auf die unten eher. Oder auf die, oh, jetzt bist du schon auf die oben. Ja, das war ne super Idee. Warum, warum, warum frag ich denn? Du sagst nein und ich mach's trotzdem. Ich lebe irgendwie noch. Das ist... Ah, nicht mehr lang. Ja, das geht, das geht auf meine Kappe. Warum frag ich's denn? Oh, da ist direkt ne K... Oh, da ist direkt sehr gut. Lauf du am besten nach unten. Und die Kisten hier oben schmacken wir auf jeden Fall. Also noch ein bisschen dauern, bis ich hier wegkomme. Ah, da sind schon... Oh, nee, was macht der denn jetzt? Was hast du denn jetzt? Ich komm, ich komm zu dir. Ja, ja, okay, alles gut, alles gut. Die Shelly natürlich sehr gut gegen... Oh, perfekt. Oh ja, das hat der schon übernommen. Das war sehr lucky. Ah, hier unten kommt jemand. Oh, das war ein bisschen weit weg. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Okay, passt. Das meine ich. Warum habe ich so einen Drang danach, offensiv zu spielen? Das ist dieser... Das lernt man halt auch weiter unten so, ne? Das ist das Ding. Ja, ja. Ohne Cubes und alles irgendwie. Hier oben? Oh, ich glaube der. Das war dumm. Ah, macht er gut. Oh, die kann durch die Wände schießen. Das ist natürlich lost. Oh, oh, oh. Komm, ich komm, ich komm. Oh, ich hab überlebt. Ich spiele gerade auch echt nicht. Du kannst theoretisch aber durch das Gadget, mit dem ich wegsch... Okay, nee. Hab ich. Ja, wichtig, hä? Guck mal, Showdown direkt wieder. Wir sind jetzt schon fast bei 700 gleich. Wieso? Ah, okay. Du kannst nur auf den Dynamike. Die Shelly wird dich schon weit wegnieten. Ja, der geht schon. Ah, 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 ah. Oder ist der schon noch auf den Dynamike? Ja, ich muss weg. Ja, ich hoffe, du überlebst irgendwie. Ich versuche, dazuzukommen, aber die Shelly... Ja, die kann nichts machen gegen mich hier. Ich geh auf Dynamike gleich. Ich hab den geslowed. Hast du ihn? Ah, nee, nee. Du kannst auf deinen Dynamike gehen schon mal. Das war nicht die beste Runde von mir. Äh, Ina, äh. Springen dann, äh. Du kannst hochspringen damit... Ja, genau. Stimmt, ich hab nochmal... Warum hatte ich dir nochmal direkt den Sprung? Äh, du lädst ihn auch wieder auf mit Angriffen. Also gar nicht mehr so OP. Ja, ja. Was machen die denn? Warum hat mir dieses... Dieses Snipen hat mir dann... Irgendwann auch ein bisschen Spaß gemacht. Hast du ihn? Hast du ihn? Ja. Oh, 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 oh. Fabi? Oh, ich beschütz dich. Dachte ich zu mir... Okay, ich muss kurz heilen. Ja, ja, ja. Wie ist der denn jetzt? Boah, wichtig. Das ist ein super Staffel. Das kannst du noch die Kiste nach oben holen, vielleicht? Ja, perfekt. Das war ja richtig... Mega, wie schnell. Das kann nicht wieder mein... Ja, das holst du, oder? Wollen wir? Zack. Ach, der kann weg... Jawoll. Hammer. Was war's? Alter. Das war richtig schnell. Wir sind schon fast bei 700. 9. 399. 399. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir es schon. Aber ich versuche hier nochmal was zu... Oh, hier ist das ein bisschen eklig hier. Geht auf ihn hier drauf? Ja, ist okay. Ach, hier geht's ab. Da ist einer zum Abstauben einfach. Das ist ja geil. Oh, wir sind gut. Guck mal, wieder beide 6 Tubes. Solide. Ja. Oben. Ja, lass nur so ein bisschen... Beide auf den hier? Beide auf den hier drauf? Ja, ja, lass mal. Der hat ja schon aufgegeben. Oh, oh, oh. Das ist natürlich das Un... Okay. Der ist auch weg? Der ist weg? Der ist... Ja, ja. Naja, die sind nicht mehr da. Ach, was ist das denn jetzt für ein Timing gewesen, Mann? Das wäre typisch. Oh, sehr gut. Haben wir. Ich gehe mal mit Ulti auf diesen Dynamite. Da hat er gar keinen Bock drauf. Da kann ich so hin auf den drauf... Nee, du musst nicht. Ach so, okay. Ja, jetzt habe ich schon. Ja, jetzt habe ich den gewastet. Das ist nicht schlimm. Sorry. Scheiße. Das passt gut aus. Alter, wie lange das da aber dauert, ne? Ja, ja. Das ist eher zum Escapen. Aber auch, dann kannst du so wegnocken so ein bisschen. Das ist ganz geil. Okay, ich habe diese Ulti-Ulti da. Das lila, eine Hyperladung. Ja, das ist sehr gut. Ja, ja. Nutzt das dann gleich. Den Hang können wir normalerweise... Da haben wir drauf? Ja. Ich habe verkackt. Ah, glaube ich. Ja. Geht drauf, geht drauf. Hol dir den einfach. Ja, sehr schön. Hol die ganzen Cubes am besten. Au, au, au. Vielleicht auch nicht. Nein, ich wollte gerade weg springen. Das war mein Fehler. Aber du bist bei 700 zum ersten Mal jetzt hier. Oder zum zweiten Mal, glaube ich. Du warst, glaube ich, schon mal, wenn ich das richtig sehe. Ja. Was war ich schon mal? Wir haben einfach einen Legendary und Star, aber ich weiß es nicht. Was ist das denn? Wie viel Luck haben wir bitte? Magic, ich ziehe noch was. Das gibt es nicht. Ich habe zwei legendäre Brawler. Ich habe Chester bekommen. Was? Das habe ich in sieben Jahren Brawlstone noch nicht erlebt. Ist okay, ne? Ist jetzt nicht komplett scheiße. Oh, Hypercharge ist eigentlich sogar ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, aber dann hast du ja... Oh, der nervt mich, Sekunde. Auf die Shelly nicht drauf, Naka. Nein, 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 lauf weg vor der, die konnte dich komplett. Oh, oh, oh. Okay. Auf den können wir sehr gut drauf. Auf den Lita da. Da kannst du draufjumpen. Der ist da im Busch, der ist da, direkt im Busch. Genau. Hammer. Oh, der Bär, der Bär, der Bär. Oh, Gott. Ich bin noch rausgekommen. Ah, ja, da bin ich scheiße. Okay, einfach irgendwie abhauen. Ja, ja, das war auch echt dumm. Da waren alle auf uns, ne? Ja, ja. Ja, ich komme hier nicht raus. Das war's. Das stimmte gar nichts, was ich da gemacht habe. Nee, nee, da kannst du auch nichts machen, Mann. Okay, das ist aber okay jetzt. Ich bin halt sehr gut mit Mikro hier. Okay, das war sehr los für mich, das war nicht gut. Ich ärgere dich jetzt noch ein bisschen. Es ist noch voll rein und kill die. Oh, das war stark. Ja, ja, das sieht ja so gespawnt hin, ne? Ja, sehr schön. Das war stark von dir. Das war ein 500er IQ-Play. Ja, da habe ich diesen Spawn reingebated, ne? Das war geil. Du kannst auf den Larry Lowey gehen, nicht auf die Shelly. Ja, ich mach genau das andere. Nee, ich dachte, ich spring weiter. Ja, wohl. Stark. Der Mikro ist echt OP auf der Map. Das war wirklich gut. Ja. Okay, 716. Wir haben bald die 750. Schön, schön, schön. Ja, schön. Der Mikro ist schon cheat hier auf der Map, muss man doch echt sagen, ne? Mit den ganzen Wänden. Äh, ich bin mal hier, genau, hier. Ich habe die mal hier so ein bisschen eingekesselt. Ich kann es auf die gut draufgehen. Ich komme, ich komme. Ah, ja, auf den Kackluss. Das war aus Versehen. Slow den mal hier. Ja, ja, schön, schön, schön. Ja, auf die Maisy kannst du nicht mehr gehen. Das ist jetzt halt, nee, nee. Nee, geh nicht drauf. Die kann ich wegknocken, ne? Das ist die zweite Schwierigkeit. Nee, nee, nee. Da ist ja ein Ambush. Ich weiß nicht, was da ein Ambush ist. Oh. Okay. Ja, dann lass erst mal warten. Du kannst es eigentlich auf niemanden aufwarten. Ja, ja. Das ist halt die Kacke bei mir. Ich weiß halt nicht, welcher Brawler was kann. So, und dann. Ja, richtig. Manche denken, die darf ich jetzt da rein. Da darf ich da nicht rein. Und das ist schwierig. Das ist halt echt schwierig. Die sehen ja mittlerweile auch alle dann anders aus wegen den Skins. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, links, sonst hier links. Die fokussieren, ja, die sind schlechter. Die sind lauer. Ja. Ich könnte Hypercharge und drauf springen. Ja, ja, mach einfach mal. Jetzt drauf, jetzt drauf, jetzt drauf. Jetzt, jetzt drauf. Ah, okay, ist okay, ist okay. Schön. Boah, war das Assi. War das Assi von uns. Das schaffen wir, hä? Sehr schön. Einfach abgestaubt. Jetzt sind wir schon bei 730. Du hast was. Zwei Games. 20 fehlen noch. Ja. Kann man noch Ränge absteigen wieder oder ist es einfach nur... Im Profil wird der drin stehen. Also die Brawler in der Übersicht bleiben... Oh, hier ist noch nichts. Bleiben sogar stehen. Aber, äh, genau. Also du kannst da droppen, aber du kannst halt den Rang verlierst du nicht. Das ist geil. Ah, okay. Also der Rang bleibt. Ja, das ist eigentlich ganz cool, finde ich auch. Ähm... Oh, wo gehen wir jetzt hin, ist die Frage, ne? Oben, hier ist Edgar, der ist alleine. Okay, ich komme dazu. Edgar wird eigentlich weggespringen wahrscheinlich, wenn du... Der ist hier drin. Der ist hier drin. Der ist hier drin. Genau, das ist... Nein! Der Trade ist immer nur, das ist immer das Problem, der Edgar ist wegen. Ah, okay. Hm, ich versuche mal hinzujumpen, Sekunde. Ah, jetzt ist sein Mate zurückgekommen, Sekunde. Ist auch noch eine Shelly, super. Das war jetzt perfekt, oh je. Okay, ich habe gelernt Shelly, Shelly nicht rein. Nee, 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 genau. Dynamike, Ems wäre ganz okay. Also Ems kann ich halt wegnocken, Dynamike geht halt ganz gut meistens. Wenn er gut spielt, dann kann er nicht auch so stunnen und so, ne? Ja, vielleicht... Lieber gerade nicht, lass lieber aufs Safe spülen, nicht, dass wir jetzt nicht spülen. Oh, da ist einer. Nein, nein, da war einer drin. Jetzt könnten wir vielleicht links gucken, weil die sich spiefen. Ah, nee, du bist schon rechts, warte. Alles gut, ich habe einen Kill geholt. Oh, ich komme. Ja, ist okay, ist okay. Das war gar nicht okay, das war absolut schlecht. Nee, war nicht okay, schade. Du warst einen Tick zu weit weg. Jetzt musst du so ein bisschen... Ich habe hier die Super-Dings. Ja, nee. Oh, Alter, dann waren wir ja direkt weg. Egal, schaffen wir. Wenn wir jetzt bloß 1 sind, haben wir wieder Rekordhöhe. Die Ems können wir hier auch nochmal ein bisschen weghalten. Aber ich gehe hier unten nochmal kurz hin. Ja, ja, das passt. Die fighten hier auch, ist eh gut. Den kannst du kriegen, stimmt. Genau, sehr gut. Ja. Richtig. Na, guck mal, das meine ich. Das ist ein Edgar. Das sieht aus wie irgendein mexikanischer Anderars. Ja, 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 das ist der El Pistolero heißt der. Oder Pistolero Edgar. Nicht El Pistolero. Der, der unten auch. Dann lass mal auf das hier. Und mit dem nur 1 Cube, das ist doch ein Spanisch. Ich slow den, ne? Dem Dings. Dinger. Zack. Hammer. Oh, der hat sogar noch einen Cube. Jetzt haben wir sogar 2 bekommen. Sehr gut. Sagst du ja nicht. Ah, jawoll. Das war schlecht. Oh, oh, oh. Ne, passt. Sehr schick. Ich gehe mit Ulti auf die beiden drauf. Wart mal. Und dann gehe ich rein, wenn ich da drauf bin. Oder auch schon vorher. Auch gut. Äh, okay. Einen habe ich. Zack. Die dauert ja echt lange. Krass. Aber kann man noch im letzten Moment fokussieren? Oder? Äh, boah, ich glaube nicht eigentlich. Also das ist schon krass. Du kannst nicht, kannst du währenddessen. Die Ulti ist schon geil. Nicht ändern. Jetzt könnten wir unten. Ja, kannst du auf jeden Fall drauf. Sehr schön. Hammer. Das ist Platz 1. Das ist Platz 1. Ich ziehe nochmal drauf. Ja, aber jetzt kurz chillen. War ich hier drauf? Ja. Ja, wir haben wir haben wir. Ey, stark. Jetzt wird es schon starten. 32. Wieder 2 Games. Oh, hier sind ganz schön viele. Oh je, oh je. Da war das schon. Ja, ich bin noch rausgekommen, glaube ich. Aber oh je, oh je. Das ist nicht alles los. Der Wahnsinn. Oh, vielleicht können wir den abstorben, den Cube. Ey, das hat er nicht gemacht. Das war ja asozial. Oh, oh, oh. Ja, du musst. Okay. Oh, die Cubes einfach. War gar nicht. Aber es ist gut. Schön, schön, schön. Jetzt habe ich halt keine Cubes. Schade. Übrigens wohl. Jawohl. Den habe ich. Den hole ich mir. Alter, es ist halt echt asig, wie du da einfach durch die Wände sprichst. Ja, ja. Ich liebe diesen Brawler. Ne, habe ich schon? Ja. Oh, kickst du es hin? Ne, ne, er haut ab, er haut ab. Ah, ist okay. Ist okay, ist okay. Aber jetzt wird der gerade... Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Nein. Das ist er gar nicht. Da ist er wieder asozial. Ja, ja. Du musst aufpassen. Was ist er denn jetzt? Oh, der darf sich nicht wegzutragen. Oh, das ist eklig, ne? In deiner Weise, halt auch mal. Lass sie mal ein bisschen warten. Lass sie fighten, lass sie fighten. Zieh einmischen. Was drauf, was drauf. Und jetzt? Ah, das war dumm. War dumm. Ah, jetzt hat er... Ruzin? Ne, ist doch mein Fehler. Ich hätte nicht kauen sollen, dass du drauf gehst. Der ist auf mich gestunnt in der Sekunde auch noch. Eieieieie. Minus 7. Das schaffen wir trotzdem. Sie hat 25. Das klingt schon. Krass. Du kannst hier auf die Tare auch sehr gut gehen. Oder auf den... Ja, okay. Jetzt ist mal warten. Ja, jetzt müsste ich... Die kriegen wir easy. Die kriegen wir easy. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt bin ich komplett ins Ausgejumpt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich auch aufpassen. Zwei hab ich geholt. Zwei hab ich geholt. Wir sind aber schon Top 3. Das ist okay. Das gefällt mir jetzt nicht so, die Ausgangslager, ehrlich gesagt. Ja, aber gut. Ey, das ist halt geil, dass du einfach abholen kannst. Ja, ich weiß. Das ist geil, ne? Du kannst am ehesten wieder auf den Edgar dann gehen. Oh, Gott. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Vielleicht kriegen wir die sogar. Sekunde. Komm. Oh, Gott. Was passiert hier? Gut. Sehr gut. Ja, ja. Mehr als da. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie diesen Dynamike vor allem mal holen. Sehr gut. Der wird schon gefocust. Das ist perfekt. Haben wir. Ja, ich muss mich hier nochmal abwarten. Ich ult einfach, wenn der ultet. Ich halt kurz ab. Und hoch. Das ist halt auch geil. Das ist halt richtig geil. Gewinnst du das? Gewinnst du das? Ja, ja. Ich gewinn das. Okay, einen, einen holst du auf jeden Fall, ne? Ja, ne. Ich hole beide. Normalerweise. Sonst komm ich jetzt eh wieder. Ja, das Problem ist, der wird jetzt die ganze Zeit rumjumpen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ah, cool. Das ist sehr gut. Ja, ja. Das ist jetzt halt wieder, ne? Ja, da haben wir ihn. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Am besten immer die Mitte. Oh, oh. Ich hole den hier unten. Das ist sehr gut, ja. Guter Start. Sehr gut. Was ist das, dieser Kaktus? Oh, Kit. Oh, wir müssen aufpassen. Okay, sehr gut. Sehr gut. Kriegst du, kriegst du, kriegst du. Nee. Oh. Lass nochmal drin im Busch. Da, da, da. Okay, sehr gut. Alles gut. Ja. Ist okay. Der muss wegschauen. Das ist diese krasse, ne? Diese, die du gerade gezogen hast. Kit, ne? Ja, ja. Diese krasse, ja. Lass mal hier. Jetzt können wir rein. Jetzt können wir rein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist das jetzt? Jawoll. Ihr macht das schlau mit dem Sprengen. Ah, haben wir. Eine Runde schaffen wir. Okay, ich gehe direkt in die Mitte wieder. Das ist eigentlich ziemlich clean, oder? Also ich sehe gerade 45 Minuten auf der Höhe. Hast du schon mal einen höheren Account gehabt? Gibt es doch gar nicht. Nee. Du bist wirklich solide. Edgar ist halt wirklich ein Anfänger-Brawler trotzdem. Also ist schon echt gut. Danke. Ist der Erste, der mir das sagt. Nee, wirklich jetzt. Also 750 ist das nicht so leicht. Muss auch erstmal halt checken, dass man auch nicht zu aggressiv gehen darf und so. Und wann man reingeht. Was ist der höchste Brawler der Welt? Es gab mal einen auf über 3000. Hier ist es sehr, sehr gut. Wenn du dazu kommst vielleicht. Oh, der ist total verkackt. Der ist total verkackt. Den haben wir. Ich laute noch. Den haben wir, den haben wir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft doch. Sieben Cues. Ja. Oh, oh, das war mal ein Fehler. Bin da, bin da, bin da. Schön. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Boah. Der ist gut. Kann man nichts sagen. War eh nur noch die Loder. War doch dort, oder? Ja, ja, die war dort. Jetzt darf ich auch nicht zu aggressiv gehen. Theoretisch kannst du die holen direkt. Ja, ja, aber jetzt kommt der, jetzt kommt sein Bro wieder, ne? Ja, lass lieber kurz. Oh, 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 hau ab. Ich hiel dich, ich, 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 ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Wir haben es beide geschafft. Ich pass es. Oh, stark. Ja, schön. Okay, dann gehe ich jetzt mit Ulti rein. Ja, ich gehe mit Ulti rein. Ja, ich kann auch schreien. Auf die beiden. Warte, ich kann, ich kann auch springen. Ja, oh, einen habe ich. Ja, der hat mich gedingt, das war gut. Das war der Schatten. Das war nicht der echte. Ach so, der. Das war wieder ein Gericht. Ja, ja, ja. Das ist wieder schwer zu sehen. Ich war voll stolz. Lass am besten zusammen. Lass uns zusammenbleiben. Jetzt, jetzt. Auf die Lola. Das war der Falsche. Egal, haben wir. Hilf für dich. Nicht rein, nicht rein, ich muss für dich heilen. Ist wahrscheinlich Down, ja. Ist okay. Jetzt wird es schwierig. Egal, egal, hau ab. Oh Gott, wie ist er denn? Egal, wir sind schon mal an der... Jawoll, wir haben es. Probier nochmal. Kommst zurück? Ja, egal, egal, egal. Let's go. Aber haben wir jetzt schon genug? Geil. Ja, wir haben es, wir haben es. Ach, sieben Minuten. Geil. Jawoll. Da sind wir ja dann jetzt Road to 35, ne? Ja, das reicht. Ich finde es sehr gut gewesen. Wirklich gut. Also du hast echt gut gespielt. Du hast oft mehr Kills auch als ich gemacht. Also eigentlich fast jede Runde. Ja, mach mal mit Erzgabe. Du hast wirklich gut gespielt. Also stark. Wie immer, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, denkt natürlich gerne an Creator Code JoJonas. Ganz rechts im Shop ansonsten nicht vergessen, diesen Samstag, den 24. April, äh, den 20. April um 16 Uhr kommt mal ein neuer Merch raus auf jojonas.shop mit verschiedenen Designs. Ja, schaut gerne vorbei oder auch den ersten Link in der Beschreibung nutzen. Und ansonsten, haut rein. Da ist noch der Abspann verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.